Will, Henry und Beanpol wurden von den freien Menschen nach schwerer Prüfung aufgenommen. Nun werden sie einem harten Training unterzogen, um in die goldene Stadt der Dreibeiner eindringen zu können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Freunde, wir sind hier dank abzustatten den Dreibeinern, die nun schon wohl über 100 Jahre Frieden und Ruhe in unsere Welt gebracht haben. Durch das Wunder der Einweihung, das uns geschenkt wird, wenn wir die Schwelle von der Jugend zum Erwachsensein überschreiten, wird das Böse in uns im Zaum gehalten und alle jugendlichen Gedanken an Rebellion hinweggenommen. Und heute kommt wieder einmal ein Dreibeiner zu uns, das Mysterium zu vollziehen an unserer Tochter Brigitte und unseren Söhnen Philipp und Jakob. Wir danken von Herzen für dieses Geschenk und bitten, dass Ihnen hierdurch die Freude lebenslangen Friedens zuteilwerde. Ruhig, es wird ja alles gut. Ruhig, es wird ja alles gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wie können Sie das nur tun mit Ihren eigenen Kindern? Weil dieser Dreibeiner Sie in der Gewalt hat durch die Kappe. An, wir müssen uns beeilen. Banditen! An, wir müssen uns beeilen. An, wir müssen uns beeilen. An, wir müssen eine Liste anwenden. Pass auf die anderen auf, na? An, wir müssen uns beeilen. 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 Vielen Dank.